Der geplante Spielplatz an der Pinguineisbahn der Hoyerswader Altstadt kann nicht gebaut werden. Grund dafür sind fehlende Fördermittel. Die Stadtverwaltung wollte das Areal in einem deutlich besser finanzierten Programm unterbringen. Das Vorhaben ist allerdings gescheitert. Bei Gesamtkosten von rund einer halben Million Euro sollten zwei Drittel über Fördermittel finanziert werden. Nun werden die innerhalb der Haushaltsdiskussion bereitgestellten 200.000 Euro wieder für das ursprünglich angedachte Projekt die Sanierung des Wilden Parkplatzes am Pforzheimer Platz verwendet. Baustart könnte 2018 sein.